Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Nach langer Zeit spiele ich das mal wieder. Ich habe gestern schon mal eine Runde gespielt, damit ich wieder ein bisschen reinkomme. Und heute werde ich wieder, ja, mit Galio 3 gegen 3 spielen, wie man sehen kann. Ich hoffe mal, ich werde nicht versagen. Gestern habe ich, glaube ich, 10-4-10 gehabt, also 10 Kills. Bin viermal gestorben und habe 10 Assists gemacht. War besser im Team und, ja. Ja, ich hoffe mal, diesmal läuft es wieder einigermaßen so gut. Ich nehme gerade mit zwei FPS auf oder Frames, was auch immer. Ich weiß nicht, ob das gerade daran liegt, dass es hier gerade lädt. Oder einfach, weil hier keine neuen Bilder hinzugefügt werden müssen. Aber ich denke aber mal, weil es hier gerade lädt und ich hoffe mal, dass es nicht lägen wird. Weil bei LOL lägen ist nicht so toll. Gut, als erstes kaufen wir uns diese komische Stab hier. Tränke. So, und nach unten. Mal sehen, was sie dazu schreiben. Vielleicht auch gar nichts, aber okay. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt im Hintergrund um das hört. Das ist halt meine Schwester, die guckt mit Fernsehen und ich hoffe mal, man hört es nicht. Es läuft jetzt mit konstanten 35 FPS oder Frames und ich denke mal, das ist jetzt in Ordnung. So. Bei uns ist es auch noch Darius, heißt der, glaube ich. Ne, der hieß Hikarim und Warwick. Der geht aber schnell nach vorne hier, der Warwick. Ach, da ist auch schon, wie hieß der? Temo. Ich habe die ganzen Namen vergessen, ne? Nach, keine Ahnung, wie lange habe ich den schon mehr gespielt. Kann ich ja gleich nachschauen, glaube ich. Schau, schau. Ich gehe mal top einfach, ne? Ich denke mal. Oh, da ist der eine. Ja, ich glaube, ich gehe einfach mal top, oder? Ja, das ist immer so schwierig, wa? Ich gehe top, wenn die was sein da sind. Alter. Ja, okay. Gleich, sofort. Noch einen reindrücken. So, jetzt gehe ich top. Ich würde gerne Temo als Gegner. Glaube ich zumindest. Oder auch nicht, ich weiß nicht. Dann geht es mal richtig ab. Ich hoffe mal, wie schon gesagt, ich werde nicht versagen. Oh, da steht ja sogar, wie viel FPS ich hier habe. Das ist schön. Ist sogar scheinbar relativ genau. So. Ist der andere AFK, oder was ist los? Weil, äh, der ist irgendwie nicht on. Ach, da ist die, der, ja. So, zweitens, dat hier, nehme ich mal. Boom. Ja, ja. Gut, gut. So weit, so gut. Scheiße. Noobinub. Boom. In your face. Scheinbar läuft das bis jetzt relativ gut für mich, wa? Aber auch nur relativ. Kein Mana mehr. Das ist ja schön. Nicht. Wie, wie. Wie, wie. Kein Mana mehr. Das ist nie gut. Wirklich nie gut. Tja, ja, daneben. Und ich laufe noch in diese Gütze da rein. Ich trottel. So, wieder dat hier. Ich mache das übrigens alles nach dem Plan. Also, das ist, es gibt halt so eine Hilfsseite, wo man sagt, was man am besten als erstes machen soll und so. Und danach mache ich das halt. Und es hat bis jetzt relativ gut geklappt, muss ich mal sagen. Erstes Blut. Oh. Der Gegner hat erstes Blut gekriegt. Darum mache ich das auch immer, was für Items ich kaufen soll und so. Wodrauf ich meine Meisterschaften setzen soll, Wounds setzen soll und all so ein Kram. Das steht da alles und das ist bis jetzt sehr gut gewesen, finde ich. So, setzen wir jetzt da drauf. So, komm her. Ne, die kriege ich nicht. Mensch, ich hasse es, wenn die wegrennen. Aber ist ja verständlich, ich renne auch immer weg, wenn ich keine Chance habe. Ah, schau, da bin ich festgehalten. Bin festgehalten. Renn. Boom. Komm her, du Bob. Na. Das ist immer so schwierig, wa? Wenn die immer abhauen. Ja, ja. Aber egal. Passt schon. Haha, daneben. Bobby. Bobby Car. Ja. Ist schon schwer. Aber wird schon passen. Komm her. Scheiße. Wait. Was, wait? Wodrauf? Also, das macht das ja auch noch ein. Wird schon passen. Ich find's nicht in Ordnung, dass sie mir so viel Schaden macht. Bist du so, dass sie immer abhaut. Find ich nicht in Ordnung. Absolut nicht in Ordnung. Boom. Yeah. Immer schön mit Gold abkassieren und so, ne? Die ist, glaub ich, gerade abgehauen. Pussy. Oh mein Gott. Was geht mit denen denn ab? Okay. Es könnte jetzt passieren, dass ich den Turm jetzt gleich angreife. Ich bin jetzt Level 6 schon. Das ging aber atzi-fatzi, du. Na, du. Na, du. Bin ich böse. Bin ich böse. Ach, scheiß Mana, Alter. Man wird vielleicht meine Stimme nicht so laut hören, aber ich versuch's halt doch laut genug zu patchen. Aber ich mach's halt auch so, dass man, ähm, die Sounds von LOL auch hören kann. Weil, ähm, zumindest heute, weil meine Schwester ja grad Fernsehen guckt und ich will nicht unbedingt, dass man Fernsehen hören kann. Ja. Und ich hoffe mal, ich werde nicht länger als halbe Stunde brauchen, denn ich muss gleich auch weg und so. Komm doch her, du. Okay, der hat Angst. Der hat Angst. Der hat Angst. Der hat Angst. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich der oder die sagen soll. Oh. Was ist das denn für ein Schutzschild? Macht mir irgendwie Angst. Ja, komm, Bobby. I can do it. Alter, was geht denn mit dem Typ ab? Leck mich doch. Wollen wir uns was schauen? Gut. Alter, die sind ja voll... ... ähm, asozial machen. Scheiße. Wir sollen das asozial machen. Scheiße, ne? Alter, wo ist der Asi? Fuck. Fuck, 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 fuck. Nee, komm schon, komm schon, komm schon. Alter, der Asi. Scheiße. Ah. Schade, schade. Kaufen wir uns das hier. Und dann kaufen wir uns gleich die Schuhe. Jo. Alter. Geht ja gar nicht. Ah, zurzeit läuft es gerade nicht so gut. Leider. Ich weiß auch nicht, ob ich die schlechten Let's Plays jetzt auch noch hochladen soll. Weil ich habe irgendwie jetzt vor, dass ich nur... ... äh, die Let's Plays hochlade, die ich auch dominiert habe. ... so wie das viele, äh, Shooter-Gamer-Gameplays machen. Also, entweder man ist schon extrem gut und man wird immer bei den Top 5 angezeigt. Und dann reicht es ja auch so. Aber ich, äh, bin halt noch nicht so gut. Bin halt Level 17, glaube ich, jetzt. Und, ja. Ist halt alles so, ne? Wenn ich jetzt irgendwie total versage, hat es ja auch keinen Sinn, um die jetzt hochzuladen. Alter, was soll denn das Scheiße? Geht die jetzt hier hoch? Das hat auch gar keinen Sinn, oder? Oh, ja. Ich bin aufgeschissen. Acht. Oh mein Gott, die sind zu zweit. Da, 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 da. Hm, hm, hm. Ja. Ich bleibe wachsam. Oh, schade Oh mein Gott, fuck Fuck, Alter Das ist doch voll der Bullshit, ey Ich glaube, ich würde voll versagen Boah Der Temo, der hat es aber drauf hier gerade, ne Okay Hm 5-0 Was für eine Mango Alter, was soll denn der Kack Gibt's doch gar nicht Finde ich absolut scheiße Alter, jetzt kommt der hoch, oder was Ne, gut Hm Ich glaube, der hat mich schon gesehen Ja, scheinbar schon Alter Das ist irgendwie schon scheiße, wahr So, erstmal schön Geld einkassieren Ich bereche mich schon mal auf Brutzug vor Ja, genau wegen diesem scheiß Mongo-Ficker Nein, und dann treffe ich den nicht Ich Mongo Ja, ich denke mal, jetzt bin ich safer Ja Jut, jut Kostet 450 Fucker Fucker Ulti Oh, das war Und die Faili-Fail Komm schon, töte ihn Ja Wow Ja Toll Wurde auch gekillt Das war besser als gar nichts, wa Scheiß Stiefel Äh, Zauberstab Wo war das denn? Und so ein komischer Zauberstab Das hier Genau Leben Kann ich jetzt gut gebrochen Alter, was macht denn der Warwick da? Ist der eigentlich dumm, oder wat? Dazu sage ich jetzt einfach mal gar nichts Alter Was ist denn los, Alter Was ist denn los? Jetzt mal im Ernst Nimm mal diese Noob-Teams hier Ne Ja Wow, mein Handy hat probiert Keine Ahnung warum jetzt, aber Irgendwer hat es probiert Wird schon einen Grund geben Oh, jetzt ist sie wieder unten Ja, ja Oh So macht man das Mit Galio Immer schön viel Cash Einkassieren Boom Ich werde euch Die kleinen Mongos, ey Ich werde euch auch mal verlinken Wo ich die Tipps hole Denn das ist durchaus sehr hilfreich Ja, mal schön Cash holen Komm schon, zerstörst Schaffst du Schaffst du Ne, schaff ich doch nicht Mist Come on, come on Ja, fuck off you Komm schon, den will ich erstmal kaputt machen Dann hau ich ab So, jetzt D Okay Und schön da lang Oh mein Gott Langsam Alter, fuck Da sind die wieder zu viele Fuck, come on, lauf Lauf, lauf, lauf Nein, 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 oh, Mist Mist Mann Gibt's doch nicht, gibt's doch nicht, gibt's doch nicht 860 Jetzt mal im Ernst 3, 13 Und ich hab 2, 4 Fuck doch drauf, alter Echt Bobby-haft Ja Ich geh mal davon aus Ich geh sehr, sehr stark davon aus Dass wir diese Match verloren haben Ach, das sind doch alle Bobbys Oh, jetzt kommt er von hinten Okay, okay Ach, komm, leck mich doch Ohne Scheiß Boah, was soll denn das hier Ist doch nicht mehr schön Tja Fail Einmal schön ausweichen Ja, komm Ich hab Ja gedrückt Wow Da hatte ich kurz Angst gehabt, wa? Kann das sein, dass sie da sind? Bleibe wach No Chance Tja Scheinbar will ich nicht surrendern Mit 0 Fucking 5 Jetzt mal im Ernst Was soll denn der Kack Verstehe ich echt nicht sowas Ja, komm, leck mich Ja, komm, leck mich doch Ey, jetzt mal im Ernst Alle Mongos Alle Mongos Alle Mongos Alle Ja, ich denk mal Diese Folge werd ich eh hochladen Weil Erstes Match und so So gesehen Und Ja Ich wollte gerade ein bisschen beleidigen Aber Ne, lieber nicht Ich glaub Ich will diese Folge doch hochladen Einfach weil ich schon so lang Kein Lai mehr kam Ich mein, ich bin ja selber nicht gut Aber Was soll denn der Scheiß Ja, genau Greif ihn an Greif ihn an Ja, super Aktion Ich hasse es Wenn man sowieso keine Chance hat Wie soll man noch weiterspielen Das bringt doch gar nichts mehr Verstehe ich einfach nicht Ich verstehe es nicht Komm her, du Bobby Ohne Scheiß Hier Das ist doch wohl nicht mehr wahr Dass die alle zu 20 Hier drauf gehen Was soll denn der Kack Hier Alter Alter, hab ich grad viel Ping 600 Ping Nicht schlecht 600 fucking Ping Alter Turm ist so gut wie Schrott Ja, Turm ist Schrott Wir haben eh keine Schnitte gegen die alle Alter Was soll denn der Kack Alle Mongo-Ficker hier Alter Alter, was ist das Alter Komm, run Ah, fuck you Ey Zwei fucking sechs Ja komm, endlich Gott, danke Ich denke mal mit zwei sechs War ich sogar fast besser im Team, wa? Oder war besser im Team Ja, toll, verloren Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Eure Smile LP Ciao Bis zum nächsten Mal Ciao variables decir Kabongo Basis Vielen Dank.